moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren ausgabe von nicht der weisheit letzter schluss heute ja mal wieder was ganz anderes es geht um eine kleine spielerei ich habe mal debian 12 was noch längst nicht rausgekommen ist mal ausprobiert ich habe eine debian 11 mal aktualisiert mal geguckt was passiert das gucken wir uns quasi jetzt gleich einmal zusammen an und ich habe vier mikrofone die ich mal ausprobieren will ich mache jetzt alles was jetzt hier weiß ist mit dem mikrofon mit dem ich das immer mache und wenn ich einen desktop vorstelle nehme ich ein anderes mikrofon mal gucken was da rauskommt das zweite mikrofon das ist jetzt auf dem stativ drauf das ist jetzt noch nicht auf dem stativ drauf aber gleich ist es da drauf das ist die schuhe sm 58 lc mikrofon ein gesangsmikrofon mal gucken wie das klappt so mein nächster testkandidat das ich gucke mal ein bisschen ob das hinkommt so oder so das sm 58 lc oder so ist eigentlich ein live mikrofon für ja für sänger sieht man auch hin und wieder bei ja im konzert mitschnitten von etwas größeren acts das mikrofon wurde so beschrieben dass es einen besonders guten windschutz hat und auch dass es einen guten pop schutz hat also wenn ich so p laute mache dass man diesen luftdruck der da rauskommt den nicht so hört keine ahnung hören wer wenn wenn wir das hören so als desktop habe ich ein mate desktop das ist auch einer der eher in die kategorie ressourcen schon gehört also sich auch eher für ältere systeme anbietet und ja auch relativ traditionell ist also das startmenü ist hier zwar oben standardmäßig bei som debian also unter linux mint machen sie es glaube ich anders dass es halt unten ist aber so fällt es erstmal aus der tüte bei debian so mal gucken was wir so typisches haben für marte ein kontrollzentrum sieht eigentlich erstmal sehr aufgeräumt aus jedenfalls einzelne kategorien wo ich dinge auch finde dann weil was bei den anderen auch hatten einstellungen vom bildschirm wiederum diese krumme auflösung das ist alles so wie es sein soll dann haben wir hier auch wiederum den apper den wir schon bei xfce gesehen haben und dort können wir halt programme installieren aktualisieren ja das thema ist angepasst an linux mint unter xfce sah das ein bisschen anders aus mit den icons und denn mal gucken können wir zurück ja da sind wir wieder zurück und was haben wir da noch additional drivers das wird wahrscheinlich wieder genau das selbe sein obwohl ihr habt ja noch gar nicht gesehen mit xfce also meine aufnahme reihenfolge ist jetzt eine andere als ich das mit dem mikrofon machen wollte das ist einfacher für mich mit dem ganzen in und her umbauen darum ist das anders also xfce habt ihr noch nicht gesehen ihr werdet das sehen dann was haben wir noch bildschirmschoner soweit so ja unspektakulär denke ich mal warte logo was sind und er hüpft scooter scooter ja das sieht wirklich so aus nach hyper hyper oh gott so etwas weniger auch nicht entspannender meine güte okay also es gibt bildschirmschoner es gibt verschiedene bildschirmschoner die den bildschirm schonen braucht man heutzutage nicht mehr früher haben sich bildschirme noch eingebrannt röhren monitore dass wenn eine längere zeit an derselben stelle dasselbe angezeigt wurde dann war es auch wirklich in diese phosphoreszierende schicht eingebrannt das problem haben wir heutzutage zum glück nicht mehr so daher ist es ist deko das passt deko ist ich finde es nicht dekorativ okay gut also es gibt bildschirmschoner was aber noch bevorzugte anwendung da ach so kann ich nach kategorien einfach festlegen welchen browser ich möchte was ich benutzen möchte um e-mails anzugucken für bilder medienwiedergabe ok gut eigentlich praktisch das mal so an einer stelle zu haben genau dokumenten betrachter und wenn ich jetzt was anderes möchte um wahrscheinlich pdfs anzugucken kann ich mir auch okular oder dokumenten betrachter wo vielleicht ein events hinter ist denke ich mal oder also bildschirm vorlesen ok kann ich hier an einer stelle mal einstellen finde ich eine gute sache dann haben wir gucken was ist file management ach so da kann ich wahrscheinlich für den ja datei manager das ist ein kaja da kann ich wahrscheinlich das einfach alles festlegen festlegen jetzt hier sage listen ansicht immer zumache und wieder öffne wieso genau dann stelle ich damit halt ein wie ja dateien und verzeichnis angegeben werden sollen durchaus eine praktische sache und da finde ich auch gleich wieder diese testaufnahme wo ja eigentlich nichts drin ist wo ich mal ausprobiert habe diesen audio recorder und habe ein programm was das ganze abspielt die gesamtzeit finde ich ein bisschen viel dafür dass das eigentlich bloß ein paar sekunden sind und ja genau jetzt hat das halt auch gemerkt ja da haben die hier so eine visualisierung ok dann kann ich mir auch irgendwie scooter mäßig hier hyper hyper und sonst irgendwas dinge anzeigen lassen ja wollen wir lieber nicht nachher kriegen wir alle noch irgendwelche zuckungen so was haben wir noch dann haben wir hier noch etwas um software quellen einzurichten und software selbst zu aktualisieren denke ich mal also wir können einmal anhaken welche zweige wir bei debian haben wollen main ist halt komplett frei software dann haben wir in kontrib software die selbst frei ist aber bestandteile braucht aus einem non free zweig wo nur geschlossene software drin ist sowas wie firmware und sowas dann können wir hier noch angeben von wo die software kommen soll und ja habe ich von einem iso image installiert also vom cd rom und ja wann soll das ganze aktualisiert werden ok never never täglich einmal täglich so genau kann ich das auch umstellen nachdem ich meine mein root passwort eingegeben habe dann sehe ich hier noch die schlüssel die über die verwendet werden um zu überprüfen ob die paket quellen auch in ordnung sind ob die richtig signiert worden was haben wir hier noch aus trixie updates vorgeschlagen mal gucken wo machen wir mal ich bin ja auch fast durch mit dem video also mal hoffen dass es auch komplett bis zum ende durch hält denn trixie ist die version die nach dem zwölfer kommt also version 13 von debian die namen sind schon festgelegt also debian 12 ist halt eben bookworm und 13 ist denn trixie ein weiterer charakter aus toy story denke ich mal ja eigentlich eigentlich haben sie es immer so gemacht bei debian dass sie toy story charaktere genommen haben und die als namensgeber für die jeweilige version genommen haben so es frischt immer noch weiter auf also ich sehe jetzt bei virtualbox keine große aktivität ich kann ja die festplattenlampe die virtuelle sehen und ich kann auch das netzwerk sehen da blinkt nichts beim netzwerk und bei der virtuellen festplatte blinkt das jetzt auch nicht wirklich sehr stark keine ahnung ob das was macht gucken wir einfach noch mal weiter nebenbei was so was haben wir noch hier persönliche angaben da kann ich mein passwort ändern also ich bin aktuell der benutzer test und also ich kann sogar das würde sogar passen ne bookworm buch da kann ich mein avatar ändern ja genau druckereinstellungen so weit so klar denke ich mal drucker ist nicht angeschlossen also von daher wird sich da auch wenig tun meiner virtuellen maschine habe ich keinen drucker zugewiesen und im netzwerk ist auch keine verfügbar also sehe ich da auch nichts so das hier arbeitet immer noch dann mal gucken was haben wir sonst noch also wir haben ja die einstellung da haben wir das nochmal aufgetröselt was in dem kontrollzentrum drin ist und hier auch noch mal ein paar andere dinge auch noch mal irgendwie ausgelagert synaptik paketverwaltung da muss ich schon mal ein root passwort für eingeben kennt man ja auch von von anderen desktops das ist jetzt nichts was jetzt für mate irgendwie typisch ist oder so also das ist kein direkter bestandteil von mate das ist einfach bloß eine oberfläche und pakete zu installieren und da gibt es eben auch verschiedene kategorien elektronik keine ahnung was aber da was für arduino für entwicklung was aber da irgendwas was irgendwie bekannt vorkommt android entwicklung denke ich mal und ja kann ich nochmal suchen wenn ich jetzt kdn live habe ich schon mal beim anderen teil gesucht genau da habe ich das denn auch so also hier ist es auch schöner aufbereitet sodass man es auch wirklich lesen kann bei dem anderen teil der jetzt davor oder danach kommt für euch ich weiß es schon nicht mehr ähm da ähm ist das in dieser software verwaltung irgendwie ziemlich unlesbar aber hier hier kann man halt lesen was dort was das macht mal gucken ob ich auch noch ein foto kriege größe größe 0 größe 0 okay das ist eigentlich ganz cool bisschen groß aber so kann ich schon mal sehen ohne dass ich es installiere was mich da so erwartet wenn ich so ein kdn live installiert habe mal gucken ah mit escape werde ich es auch wieder los okay so also der tut immer noch oder tut nicht keine ahnung so dann haben wir hier noch so eine zwischen ablage das finde ich eigentlich auch eine ganz praktische sache wenn ich jetzt mir irgendwas nehme da müsste es doch eigentlich genau xfce terminal das ist für xfce und genau mate terminal ich da jetzt was nehme ich das einfach mal markiere und gucke ok kopieren dann ist es da drin und wenn ich jetzt sowas mache und das auch noch kopiere dann habe ich beides in der zwischenablage also in seiner virtuellen und das was fett gedruckt ist das ist aktiv aber ich kann jetzt auch zum anderen wieder umschalten und dann wieder ne kann ich nicht oder mal gucken genau das möchte ich jetzt da sage einfügen achso ok also ich muss wirklich hier diese einfüge befehle nehmen also aus der menü zeile das rausnehmen mit einfügen also ich habe jetzt hier shift und einfügen gemacht das nimmt halt das letzte was ich da an dieser zwischenablage vorbei wohl benutzt habe ok ja das regeneriert immer noch diesen software cage oder auch nicht so also dann mal gucken ob hier noch irgendwie was den hatten wir schon als medien abspieler für ton und ja noch was mate typisches dateien genau das hatten wir eigentlich auch schon das ist eben obwohl das sieht wieder anders aus ok das ist jetzt wieder für gnome 40 also man sieht das ist eine bunte mischung aus verschiedenen desktop oberflächen das würde man ja normalerweise auch nicht machen bei dem debian installer habe ich gesagt ich möchte jetzt alle desktops mit installieren habe das ganze von debian 11 auf 12 aktualisiert und dann habe ich jetzt eine mischung mit allen möglichen anwendungen die von kde kommen die von gnome kommen die von xfce kommen und sonst was von daher ist es auch gar nicht so einfach jetzt direkt anwendungen zu zeigen die jetzt nur also die typischerweise zum mate gehören jetzt melde ich mich wieder ab und gleich gibt es denn das nächste mikrofon und den nächsten desktop das dritte mikrofon ist das m audio uber mic das steht im moment auf dem tisch da ist so ein relativ massiver tisch ständer mit dabei das ganze steht auch ein bisschen weiter weg von meinem mund mal gucken welche geräusche von der tastatur von der maus vom dran rum ruckeln am tisch mit dabei landen mal schauen ich bin gespannt das ist jetzt ein gnome desktop mal gucken ob ich mich da irgendwie grob zurecht finde soll ich jetzt einfach mal gucken ein einstellungen einstellungen erst mal gucken was wir da überhaupt haben da sagt er mir sogar name des betriebssystems einmal bookworm und sit sit ist eigentlich der codename für unstable also nicht für testing und ja dann sind die pakete vielleicht für unstable gebaut sind aber direkt so in testing übernommen worden das ganze ist jetzt ein gnome 40.4 genau hat auch erkannt dass das hier eine oracle virtual box virtualisierung ist und mal gucken was gibt es hier hoch okay hätte ich an der stelle jetzt eigentlich gar nicht vermutet dort kann man anscheinend die software von dem debian oder vielleicht auch bloß die die teile die zu gnome gehören obwohl inkscape gehört ja nicht direkt dazu aktualisieren mal gucken wo wir jetzt eh schon da drin sind in dieser software verwaltung mal gucken erkunden wir mal was es dort so gibt ja letzte veröffentlichung mal gucken gibt es auch sowas wie tonaufzeichner okay der tonaufzeichner ist schon installiert den könnte ich jetzt deinstallieren oder auch einfach starte ich starte das mal dürfte eigentlich nicht so viel passieren oder genau denn die virtuelle soundkarte die da drin ist in der virtual box die schleift halt das mikrosfon signal was vorhanden wäre nicht durch so ok jetzt kann ich es irgendwie benennen test und hab das denn so drin exportieren und ich könnte das als flag exportieren und mal gucken kann ich es auch als opus exportieren hat jedenfalls nicht gemeckert dass es nicht geht so mal gucken gibt es immer so ein dateien 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 jetzt würde ich vermuten das ist ok nicht unter musik da drin persönliche ordner test opus so mal gucken was haben wir da wir haben eine eine oc datei das kann sein dass opus als oc erkannt wird jedenfalls hier drin ja das kann schon alles seine richtigkeit haben dass das so gehört so und wenn ich das ganze jetzt mit videos öffnen also video scheint auch ton abzuspielen oder so eine app für ton abspielen wir hören nichts weil wir haben auch nichts aufgenommen und den ton aus der virtuellen maschine würden wir jetzt sowieso nicht ok also dieses videos das scheint eine anwendung von gnome zu sein also sehr simpel rudimentär aber man kann damit fernsehen keine ahnung am beliebtesten alle ok da haben wir irgendwie italienisches fernsehen ja keine ahnung ich klicke mal was anhört das welche nachher verpickseln wegen urheberrecht und sonst was mal gucken ja ok man kann damit auch irgendwie fernsehen das werden irgendwelche kurzaufzeichnungen sein über vor allem von einem italienischen fernsehkanal ok so eine einfache anwendung um film anzugucken ist mit dabei wenn man jetzt kein vlc oder irgendwas richtig grüß also was größeres haben möchte kann man damit einfach film angucken dann hier müsste man eigentlich verschiedene anwendungen sehen können videos hatten wir schon gehabt karten mal gucken karten dauert schon länger ja es lädt dinge aus dem internet herunter würde ich mal sagen ich sehe bei der virtual box bei der netzwerk leuchte dass sich da was tut sollen wir jetzt mal gucken ich gebe es mal kiel ein genau schleswig-holstein ist auch richtig und ja da haben wir eben open street map quasi drin und nicht als webseite sondern als ja als direktes programm was was karten heißt ja so kann man sich kiel nach hause bringen egal wo man ist jedenfalls als karte was aber da noch zum aktuellen ort springen stimmt nicht ganz so waldig ist es ja nicht ich wüsste nicht mal wo wo dieser wald sein soll ach da ok ne stimmt nicht aber es auch vollkommen okay wenn das nicht richtig stimmt formebene verkleinern und ich könnte auch routen planen wenn ich jetzt sage ich möchte von kiel nach münchen um dort im flughafen einzusteigen um mit dem bus und ich weiß nicht irgendwie so um den problem bären zu finden dann könnte ich jetzt hier einsteigen und wer in 100 ach so in 160 stunden wenn ich zu fuß laufe denn in münchen wenn ich jetzt das ganze mit dem fahrrad machen möchte bin ich schon bei 51 stunden und 44 minuten das geht schon mal ein bisschen schneller wenn ich jetzt ein auto verwende dann bin ich in acht stunden in münchen ich glaube so schnell geht das nicht oder was aber hier noch wenn ist das jetzt ein bus oder ein zug jetzt starten abfahrt um wo wurde keine gefunden ach so ah ok busse straßenbahnen züge bahn und fähren und flugzeuge genau ist mir auch anguckt an jetzt ok gibt halt keine anbieter die da angebunden sind so dass das gehen würde ok ach so die reisedaten für öffentliche verkehrsmittel werden von drittanbietern bereitgestellt ja ok so ok ja es ist ganz praktisch was haben wir noch also mit dem mausrad kann ich scrollen und ich habe natürlich auch wieder alle möglichen anwendungen von anderen desktops wie von kde k mail k notes k maustool conqueror und dieses ganze zeugs mit dabei also es ist eine bunte mischung aus anwendungen die halt direkt zum gnomen gehören aber eben auch von anderen desktops eigentlich stammen mpv ja anderer player ok ja also ein anderes programm um audio und video daten abzuspielen und was haben wir noch haben wir noch irgendwas irgendwas besonders interessantes genau ein tonaufnehmer hatten wir tonaufzeichner hatten wir auch schon was zum brennen wenn man es noch braucht sm tube das klingt irgendwie schmerzhaft ok da kann man start da kann man irgendwelche dinge direkt nachgucken und wenn ich jetzt ja also scheint so ein browser direkt zu sein für youtube und wenn ich jetzt hier eingebe nicht da weiß halt letzter schluss mal gucken und dann kann ich mir auch meine eigenen videos direkt in dieser dieser app hier angucken und dann kann ich mir auch meine eigenen videos direkt in dieser dieser app hier an angucken ist das eine app sagt man da app wenn es kein telefon ist kein smartphone so und dann kann ich es auch abspielen ach hallo da bin ich extra schmal da habe ich extra da habe ich eine diät gemacht oder jetzt habe ich noch ein bisschen zugenommen je nachdem ja geht auch ok aber noch haben wir ja was gelernt was der sm player ist dann vielleicht noch die hilfe da optischer rundgang durch genommen anwendung starten ok das ist eigentlich ganz praktisch wenn man sich so gar nicht auskennt vielleicht wenn man das erste mal so einen rechnen in der hand hat oder vom anderen betriebssystem kommt ist sowas gar nicht schlecht dann haben wir hier noch verschiedene ja für das netzwerk können wir das netzwerk noch konfigurieren und da ja das ist letztendlich wohl auch so ein frontend für den network manager und da kann man dinge einstellen und ich habe halt diese ip-adresse von der virtualbox für das netzwerk da drin das ganze verbunden und so weiter und da könnte ich noch andere sachen mit einstellen ok das wäre jetzt der soweit gno für das mikrofon die sm audio ubermig was direkt auf dem tisch steht keine ahnung wie viel man da jetzt gehört hat ob das gut war ich habe nebenbei mal so ein bisschen geguckt also der ausschlag beim ton sieht eigentlich ganz ok aus hören wir uns nachher mal an wie sich das anhört ein Untertitelung des ZDF, 2020